Sago Chess Twitch, der streamt auch hier, ist ein Kollege aus Armenien, Sarkis Manoukian. Ich habe 4,5 oder 7, oder? Ich glaube, das ist jetzt die 8. Runde. Ganz schön schnell gespielt. Was macht er denn da? Wie sinnlos. Ich kann den nehmen. Er ist ja sehr schnell gespielt. Und jetzt da mit C2 und dann Springer D4 und dann habe ich einfach einen Bauernmeer. Ich decke den B2 und dann will ich den spielen. Ich kann auch mit 5 nehmen. Ich kann auch mit 5 nehmen. Das spielt sehr schnell, ne? Oh, Luftloch. Ich kann auch mit 5 nehmen. Ich kann auch mit 5 nehmen. Ich kann auch mit 5 nehmen. Ich habe den D4 einfach eingestellt. Das hat hier auch schon wieder höchst suboptimal gespielt von mir. Ich kann auch mit 5 nehmen. Ich kann auch mit 5 nehmen. Das war's. Das war's. Jawohl. Ich krieg die Dame. Ich kann doch nicht verhindern. Das war eine geile Ole-Ole-Pathie. So, hab ich mir die Glatze verbrannt? Ich hab mich extra eingecremt heute. Mit 50er Faktor. Meine Güte. 82 Züge. Kauli, mein Lieber. Danke dir. Ja, ja, ja. Er wollte nur auf Zeit spielen. Die ganze Zeit. Also die ganze Partie war von ihm... Also ich meine, er hat ja wirklich... Wir sollen den B3 hier. Wahrscheinlich war das ein Maus-Slip. Dann soll ich einfach einen Bauer mehr. Ja, wahrscheinlich... Hier war ich mir nicht sicher, ob ich Läufer G5 lieber spielen soll. Na, egal. Für D4 hab ich viel zu lange gebraucht. Dame C2 ist viel genauer. Dann decke ich den B2. Er muss zurück. Und dann kann ich sowas spielen und dann den schlagen. Das ist alles echt total, total schlecht objektiv. Jetzt lasse ich hier unnötig Gegenspiel zu. Der Turm A8 zum Beispiel ist schon richtig schlecht. Ich muss Turm A1 spielen. Das war mein erster Gedanke. Dann habe ich alles unter Kontrolle. Habe ich hier zwei fette Bauern. Der Läufer kontrolliert den Springer. Das ist dermaßen gewonnen. Dann mache ich den. Und hier kann er den spielen. Ja, 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 ja. Aber natürlich spielt er wieder hier nur auf Schachs. Ist klar. Das ist so schlecht. Jetzt haben wir dieses dämliche Endspiel hier. Jetzt will er erst auf Gewinn spielen. Aber er lässt sich natürlich keine Zeit. Ja, hier war ich... Ich hatte keine Zeit mehr. Deswegen wusste ich nicht, was ich spielen soll. Aber ich habe irgendwann gesehen, er kann hier nicht nehmen. Wegen dem hier. Und mein Bauer läuft durch. Das hatte ich schon gesehen. Also er hätte natürlich hier eventuell hier nehmen können, oder? Nee, kann er nicht nehmen. Das ist sowieso zu schwierig. Das kann... Da im Endspiel kann man nicht berechnen, immer alles. Aber er gibt halt Schach, Schach, Schachs und lässt nur meinen König rein. Und jetzt gewinne ich hier, ne? Ja, das ist eine Gewinnstellung jetzt hier. Ja, ganz großer Witz noch. Okay, das war die achte Runde. Ja, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.